Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Callisto Protocol, a.k.a. der Boss-Simulator 2022. Und Freunde, was soll ich sagen, ja? Dem Boss sitzt der Schock noch im Nacken, deswegen zieh ich den jetzt direkt mal, falls wir angegriffen werden. Das liegt jetzt am Flackern. Und hör mal, das ist die sauberste Toilette bis jetzt. So, in der letzten Folge haben wir doch hier noch so ein Dingelchen eingesammelt. Ich gucke da direkt mal rauf. So ein Protokoll. Was ist denn das für ein Ausbruch? Fracht? Nachwirkungen gesuchte Personen. So, pass auf. Haben wir uns die schon alle angehört? Ich glaube schon. So, dann haben wir hier Danina Kamura. Und die hat geschrieben, Mitglied der Terrorgruppe Outerway. Demonstrierte Fähigkeiten im Hacken von sicheren Netzwerken und Systemen. Diverse an ausstehende Haftbefehle, inklusive mutmaßliche Beteiligung an kürzlichen Ereignissen auf Europa. Hochgefährlich. Keinen Kontakt aufnehmen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchgehört hatten, aber bestimmt, oder? Ich denke doch. So. Okay, jetzt bin ich in der Zelle. Oh Gott, es geht wieder los, Freunde. Es geht wieder los. Kein Moment Ruhe. Scheiße, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Im Banger Hauptquartier. Moischnie jetzt. Uuuu, quick time, wo du was? Uuuh, quick time, wo du was? ok oh oh freunde na los komm was mir kam nix entgegengesprung erreiche die bahnstation na grüße dich weg mit dem ärmchen komm so die credits holen wir uns noch ich weiß nicht ist das ein sound bug oder ist das so vom spiel gewollt dieses rum geflackere soll das so sein ich weiß es nicht ich check lieber mal kurz die aufnahme ich weiß nicht ob das so gewollt ist bis gleich so freunde da bin ich wieder es kam tatsächlich von meiner seite ich weiß nicht was da los war aber jetzt ist auf jeden Fall der Tierflacker weg guck mal da ist doch der Elias ich rufe jetzt die Bahn das haut nicht hin du musst dich genauso rausschleichen wie du reingekommen bist in der hinteren Ecke müsste ein Schacht sein alles klar so wir kreuchen hier erstmal durch weißt du was ich gön mir mal wieder eine Nadel haben wir noch zwei und rein damit schön die Götterspeise rein gepumpt Freunde ich habe auch keine Munition mehr oh nein nicht schon wieder die weg mit dir Junge verrecke doch Alter jetzt kann ich da voll reingucken aber die kannst du nicht vorher ausschalten ne kann ich die zertreten aha gucke an das Ding auch hier vielleicht oh da ist nix hier nochmal oh Junge reitig 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 so zack und war das oh auch wieder multilingual unterwegs lalalala hat er wie gelacht komm ich zertret euch hier komm her du nein nein alter die Viecher die Drecksviecher die Drecksviecher Junge warum ist da nix drin oh nein ach oh 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 zieh mich da nicht rein bitte in deine eklige Vorhaut es tut mir so leid aber aber was ich spiel es ab 18 also kann auch die die Sprache hier bisschen vulgärer werden Freunde komm aber da ist was drin komm her Junge zack gib mir den guten Stoff nein ich will leben ich will keine Credits ach komm geh da rüber jedes Mal drücke ich Leertaste ich glaube ich speichere hier nochmal wäre vielleicht nicht schlecht so zack und weiter geht's und runa da sag mir nicht da kommt die Leiter hier hoch oh mein Gott Alter kommt der jetzt oh mein Gott kommt der jetzt hier irgendwo raus wir müssen runter Freunde es nutzt nix wir müssen runter wir müssen abtauen wie Frostgemüse ach das ist ja das wäre ja dann hoch verdammt macht gar keinen Sinn was nu muss ich da rein oder was ne ist das kaputt wiegeln da oben hä ne was soll ich jetzt machen aber ich soll doch nicht hier rüber oder ich hab auch keine Muni mehr was soll ich jetzt tun ah ok kann halt auch wegrippen nein er hat mich komm zack und bumm zack und bumm zack schmeiß ich da drüben hin junge oh hat wieder einen Weg gefunden ok bumm 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 alter ich höre es ja doch direkt in mein Ohr rein stöhnen ok ok an den Robotern vorbeischleichen vorbeischleichen klingt erstmal gut Freunde mhm oh 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 no 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 noch mehr Munition sehr gut sehr gut oha na gut nutze nutze fernkampfwaffen um den Kopf des Roboters anzuschießen ok muss ich das machen schöne Gesundheit oder kann ich einfach an ihm vorbeischleichen wahrscheinlich wenn er mich dann jagt wenn er mich hat dann soll ich das machen aber theoretisch läuft er ja immer hier lang ja baby oh 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 was das für ein Lichtstrahl oh 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 weg vom Roboter 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 weg der gibt mir noch mal eine mit das gibt es gar nicht ok den schalte ich jetzt hier aus ich versuche es zumindest zack bam nein nein komm jetzt hat er mich oh jetzt hat er mich oh jetzt oh 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 Junge Junge ok also nochmal woher sind noch Credits hier liegt bestimmt überall noch irgendwas ich weiß gar nicht kommt er hier lang ich weiß es nicht mehr ich gehe mal kurz nochmal zurück ne er geht da lang ok oh die Credits die Credits zack und die Muni hm hhm geh weiter ok und jetzt gleich rüber hier gleich rüber hier genau so läuft das und jetzt raus und bam der Roboter der Roboter ich habe es geahnt ich hab es geahnt Ja. Alter. Ne. Ich hab's geahnt. Wahrscheinlich darf ich nicht schießen. Das war's. Ich hätte nicht schießen dürfen. Okay. Also nochmal. Und jetzt liegt hier nix oder was? Oder zählt das das, wenn ich das schon eingesammelt hab? So. Wir gehen hier in die Ecke. Ah. Oh Gott. Weg. Weg. Nein. Jetzt kommt er rüber. Okay. Aber er sieht uns nicht. Er sieht uns nicht. Ich muss mit dem Schocker machen, Freunde. Es geht nicht anders. Zack. 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 Nein. Na komm. Runter, 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 runter. Hoffentlich hat er Leben. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ich hab's in die Bahn geschafft. Meld' ich, wenn du beim Checkpoint ankommst. Ja, freut mich für dich, Elias. Geht der hier rein, oder was? Speicherpunkt. Sehr gut. Sehr gut. Verlasse die Station. Keine Antwort. Da drin gibt's eine Falle, damit die Gefangene nicht ausbrechen. Und was jetzt? Keine Antwort. Nein, doch nicht zurück. Oh. Komm. Oh, oh. Na komm, Spiel. Gib's mir. Gib mir die volle Packung. Holy shit. Holy shit. Was ist denn? Oh Gott, sie kommt! Und hat mich. Alter, aber was ist das denn jetzt? Die Zombie-Bereinigungsmaschine. Oh Gott, ey. Alles klar. Und das war sie. Haben wir gerade mitbekommen. Aber schön, dass der Jacob auch nichts dazu sagt. Aber gut, es erklärt sich ja von selber, was wir machen müssen. Aber so eine Beschreibung oder so, wie genau die funktioniert, was da auf mich zukommt, wäre nicht schlecht. Oh Mann. Einfach hier rein. Einfach hier rein. Ihn wird es schon erwischen. Ihn wird es schon erwischen. Komm, liebe Falle, komm. Was? Oh Mann. Ich glaube, hier sollte ich den Grip benutzen. Ich glaube, hier sollte ich den Grip benutzen. Da drin ist eine Fahne, Jacob. Ich glaube, ich speichere hier nochmal. Dann spare ich mir den Weg hier jedes Mal. Zack. Let's go. Oh, sie kommt. Oh, ich bin so blöd. Sie kommt ja zurück. Nein. Schnauze. Ich habe da gespeichert. Willst du mich verarschen? Ich habe doch gespeichert da. Oh, liebes Spiel. So. So. Zack. Da bleiben, da bleiben, da bleiben. Sehr schön. Gesundheit. Okay, kann ich, kann ich jetzt hier lang? Oh Gott. Jetzt schnell da rein. Schnell da rein. Schnell da rein. Schneidet, Freunde. Es ist Weihnachten. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Ey. Wir sind... Wir können auch draußen sehen, Freunde. Ich bin da. Ich bin am Checkpoint. Ja. Gut. Dann geh jetzt ins Fenster und sag, was du siehst. Wow. Verdammt gut, der Ort singt. Ja. Mit verdammt singst du richtig. Der zieht ein großer Sturm auf. Da wollen wir nicht rein geraten. Ja. Ich sehe ihn. Und den Hangar sehe ich auch. Das ist unser Weg hier raus. Ja. Ich bin nicht früher oft angeflogen. Dass ich noch ein Leben hatte. Und das holen wir dir zurück. Du musst dich nur an den Plan halten. Und deinen Arsch zur Habitatsgruppe bewegen. Und wie zur Hölle komme ich dorthin? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Vertrau mir. Ich bin da. Was soll das wieder heißen? Ich habe früher dort gearbeitet. Forschung betrieben, sozusagen. Habe Aufnahmen gemacht. Die Suchte, die ich in deinen Chor geladen habe, spielt sie ab, wenn du dich näher halt. Folge ihnen, dann kommst du zur Kuppel. Was dann? Alles klar. Ich hole dich an der Bahnstadt hinab. Easy peasy. Also gut. Lemon squeezy. Natürlich. Nein. Das geht nicht. Du gehst nach unten an. Da gibt es kein Signal bis zur Kuppel. Oh ja, klar. Das ist noch mehr, was du mir nicht gesagt hast. Okay, behalte ich halt auch hier. Da sollte irgendwo eine Loke sein. Und. Viel Glück träge. Ja, dir auch. Aber es ist wenigstens ein bisschen beruhigend, dass man mal so ein bisschen was wieder von draußen mitbekommt. Und hier gibt es wieder viel Kram. Viel Kram. Und Munition. Und Munition. Und ich muss sparen. Ich muss sparen. Hier jedet dann raus. Gibt es hier noch was? Nö. Okay. Na denn. Runter. Ich glaube, der Jacob hat grünes Licht gegeben wie mein Nacken. Nächstes Kapitel. Habitat. Oh Gott. Es war so schön da oben. Es war so schön da oben. Aber es motiviert, Freunde. Es motiviert. Alter. Die Grafik ist auch schon verdammt geil, ne? Unreal Engine 5 am Start. Junge, Junge. Na dann. Da gibt es noch einen Injektor. Sehr schön. Ja, damit. So, das war halt hier. Da kann ich mir noch was drucken lassen. zu Ihren Diensten. Hmm. Okay, hier könnte ich mir Munition kaufen. Von der habe ich ja noch ein bisschen. Soll ich das Ding nochmal irgendwie upgraden? Was ist das denn hier? Erhöht den Schaden durch Überladen von Energie Regulatoren. 900 Kredits. Scheiße. Das wäre schon geil. Schaltet einen neuen tiefen Angriff frei, der nach einem erfolgreichen Block, das hat man, ne? Öffnet die Abwehr des Gegners für Folgeangriffe. Das ist eigentlich schon geil. Eine leichte Legierungshülle, die die Schwunggeschwindigkeit durch die Reduktion aerodynamischen Widerstands erhöht. Verlängert die Dauer der Nahkampfangriffs-Kombo eines Officers. Okay. Jetzt haben wir noch den Grip. Erhöht die Schleuderkraft durch Entfernung von Sicherungen. Ziel kann beim Aufprall verletzt werden. Erhöht die maximale Energiekapazität. Erhöht die Gripaufladerate durch zusätzliche Kühlkörper. Hmm. Das finde ich eigentlich geil. Kann beim Aufprall verletzt werden. Schaden ist immer gut, Freunde. Das ist eine richtige Schadensfreunde bei mir. Zack und rein damit. Alles klar, mehr können wir uns eh nicht leisten. So. Und dann gehen wir da runter, würde ich sagen. Let's go. hier, hier wird nix mehr. Dann runter da. Was liegt denn da? Das sieht aus wie eine Arena, Freunde. Elias. Abwasseranlage. 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 Da muss doch noch ein Weg sein. Folge dem roten Rohr. Aha. Okay. Vielleicht, wenn ich die Kiste wähle. Ah. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Was ist hier oben? Warte, ich zieh die Kiste da mal ran. Nein. So. Zack. Nein. Kletter. Klet... Nein. Zack. Inventar voll. Was ist das? Wieso ist das Inventar voll? Scheiße. Ach, das ist ein Energieumwandler, ne? Die müsste ich auch mal verkaufen. Das nächste Mal. Kann ja kaum noch was mitnehmen hier. Porsche. Einfach weiter, Jacob. Einfach weiter. Na gar nichts. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Oh. Oh. Geil. Was ist das denn hier? Hm. Jawohl. Jawohl. Oh, ja. Mach erst mal weg die Plarre. Oh, was ist das? Warum ist das so grün? Komm, Mann. Komm ran hier. Zack. Bam. Ich hau dich da in die Dinger rein. Schade, passiert nichts. Komm. Zack. Bam. Na, komm. So, und bam, Junge. Bam. Kalisso-Kredits. Hm, 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 hm. Jetzt kommen hier noch mehr Kollegen. Ah, nee. Okay, wir können hoch. Oh, das klingt ja... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Ah, Freunde. Ich will auch da gar nicht hin, hör mal. Ich würde sagen, da gehen wir nächste Folge hin. Ah, hör bloß auf. Hör bloß auf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.